Wenn das keine Werbung ist von innen, ihr werdet so schockiert sein, das ist zu sick. Jetzt kein Spaß. Damit, ich glaube damit haben wir alle nicht gerechnet, aber hier hat er glaube ich, jetzt holen wir ihn wieder. Schon geil, dass du vorne rausgucken kannst. Guck dir das an, was wir haben. Ja!